Herzlich Willkommen zurück zu eurem Let's Play Gidea 4 mit meiner Wenigkeit in Glaubirchi so wir haben 6 und so irgendwas bei 200.000 irgendwie haben wir ganz schön viel Code. Ja hier unser neues geiles Zimmer wo wir gerade rausgeschickt worden sind. Egal Kai so ich glaube eine schlusslichere Weste und sowas brauchen wir nicht ooooh meine Stressschlimmung das sollte wohl alles ganz okay sein würde ich mal sagen ne so wir machen mal weiter oh hier hinten ist was neues. Wer ist das nochmal? Derek. Okay hier haben wir nochmal Jerry hier haben wir Playboy X und hier haben wir Francis nochmal komm wir machen mal Playboy den Playboy Hasen machen wir jetzt mal Leute ja da ich bin Playboy 51 ne aus Reigendorf der Spast hoch 3 so ab geht's Leute äh was gibt's sonst? heute ist für euch Samstag und ich bin im Urlaub bäh heute erstmal richtig fett in den Arsch getreten so und deswegen gibt es keine Videos bei Facebook vielleicht doch vielleicht linke ich die zwischendurch mit dem Handy aber das kann ich nicht versprechen und deswegen gibt's auch erstmal nur drei Videos nämlich schon seit Donnerstag in dem Sinne gibt es nur noch Sin City Guit und Gideas Andreas weiß das eigentlich einer von euch das würde mir sehr helfen wie es dann später weiter geht ich hab ja mir dieses komplett Ding in der Grund mit allem Krimskrams da drin äh geht das dann einfach weiter oder wie geht das? weil ich hab bei Steam ja zwei Links also würde mich sehr interessieren wenn mir da vielleicht jemand mal äh Informationen drüber geben würde ja würde mich sehr freuen alles klar und wir starten die Mission wassup money ey man business is tough now I ain't a cold person I mean I am cold but motherfucker what are you talking about you want to drink man have a seat man all right now I got into this dope gang cause it was the only thing that was open to me the only thing man ey I am not judging no listen now I paid my dues now I learned in a hard school man and I changed stuff you know me I do this stuff so I got a chance to do some good in this town so you say so I say so I do when I get the money man I will build parks I will sponsor kids I will save lives but I gotta have the money man is all this all this it means nothing if you ain't got the heart nico amen brother I mean fuck man fuck the thing is you know Jesus he did some crazy shit too I mean everyone does he killed people he killed that John the Baptist cat he did what he had to I don't think you're correct about that man the point is man history is a long time and you only got one chance and Duane man Duane it's like he thinks it's 1992 and the best that you can hope for is a gold chain and a pager you know he looks at me like he wants me dead I took care of business I gave him money but because I won't bow down to him and treat him like he the almighty motherfucker wants to pop me Duane is a little troubled he was in prison a long time maybe you guys should talk no I tried talking no I I I tried giving him half of the business I tried everything a man could reasonably try and still call himself a man so what you gonna do kill him hey I didn't say that man you cold I was joking but what else is there I mean cash been talking now I hear things said you and me it's too tight now said you disrespected called him mad he's going crazy I mean he's gone prison does that well you can't kill him nope but you can but I don't want to neither do I man but if he goes insane we all dead anyway I mean Duane is a killer I don't like this conversation do you think that I do but it's kill or be killed out there you got a lunatic after you man you dumb now I will give you a lot of money because see me now I ain't scared of no one but if motherfucker says he's gonna kill me the motherfucker's gonna die man I'm not sure I got to think about it well I hope you see some sense I will be in touch also ich würde es nicht tun also so ein ne egoistischer Penner also keine Ahnung also muss ich ganz ehrlich sagen ich hab absolut keine Ahnung was wir machen komm wir fahren hier nach Francis es ist sehr also ich möchte den nicht umlegen ob der aus dem Knast kommt oder Peng wir haben dem doch auch geholfen ja wir haben ihm geholfen dass er seine seine Diskutage wieder kriegt wenn ich mich Peggy so Nico I'll work no play da 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 let's go play some darts darts spielen nein also es ist echt so ne verflixte Sache wenn ich ganz ehrlich bin wir haben dem Typen erst mal die die Sachen da wieder geholt ja seine Kohle und also was und jetzt sollen wir den Penner umbringen ne so ja ist mein Parkplatz ab zu dem Drecksack sure ma sure I've always been a good boy you know me ma yes I'll make commissioner no I don't care about packing listen ma I've gotta go love you too good to see you I'm sure you know it's funny but I see a lot of me in you you know why no you know there's no good and no evil just shades of fucking gray whatever you make things 1% better that's enough that's our duty if you say so oh I do say so I want to make things a bit better by any means necessary and you what do you want I want to get paid sure yeah sure you do so listen I got something I need you to do this is the last time of course some drug dealer is holed up in a tower block in East Holland this scumbag's been pushing drugs pimping women you name it he's done it I need him dealt with isn't that police work sure and the moon is made of cheese and the streets is paved with gold wake up excuse me the guy's guilty is sin he is sin but it'll take me a year to get the evidence more maybe and maybe good men will get taken down by that evidence maybe people make mistakes but this guy is scum how much how much good money two G's two you mean five you know if someone was to tell me you were some fresh off the boat killer with more balls and brains I'd say he was about right okay you got a deal head on up the box and call me fine cheese ha fünf riesen so langsam können wir wohl gut verhandeln hey wo ist mein Fahrzeug oh warum bleibt das da nicht stehen haben sogar die Türen aufgelassen derjenige der die weggefahren hat oh da sieht so ein schöner Jeep so hast du das Colt Civa gefahren richtig richtig ich glaub schon bum 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 was war eigentlich H ah Licht was war G ah G war die Hupe und oh jetzt bam war das gut war doch mal gut Leute oder halt die Schnauze das machen wir gleich so so anvisieren und oh noch weiter geht's ja jetzt bin ich gespannt was wir da für so einen kleinen Deal machen oder was wir da so abmurksen sollen ja ein bisschen schusssichere Weste haben wir ja ne unsere schusssichere Weste ist top wir haben nur nicht so viel Leben auf dein da zu machen meint sie ich will da eine komische Musik da hören oder was Polizei meint auch sie werden was besonderes zumindest in dem Spiel in Wirklichkeit werden die so ein bisschen unterschätzt in meinen Augen und nicht mehr für voll genommen was nicht gut ist zumindest von unseren Jugendlichen heutzutage finde ich das nicht okay so ja wir haben früher auch scheiß geworden aber wir hatten immer Respekt vor denen und das sollte man auch nicht vergessen also mal den Schwachkopf an Schwachkopf geh auf die Telefon geflucht ohne Porto keep an eye on all his boys from up there the guys you see are going to be working for that scumbag in one way or another anyway these projects all got the same layout a staircase leading up on either side try to get off the ground floor before getting violent violent me yeah you remember you're doing a real service for the community by getting rid of this Francis McCreary ist die Gemeinschaft? Du wirst zu sein wie dein Freund Manny zu sein. Hey Tourist, willst du uns für eine Foto machen? Whatever. Ist das die Zielperson? Die wir töten sollen? Oh. So, wie kommen wir jetzt hier hoch? Scheiße, das war ja nicht so geplant. Irgendwie müssen wir doch hier hochkommen. Hallo? Wie kommen wir denn... Wenn hier der Spielplatz ist? Habe ich jetzt einen auf den Augen, Leute? Ich muss jetzt schnell die Waffe wegstecken. Ich finde hier aber auch keinen Weg hoch. Irgendwie müssen wir doch hier hochkommen, oder nicht? Ach. Ich Schwachkopf. Alles klar, los geht's. Alles klar, los geht's. Hier haben wir doch das, was wir brauchen. So. Oh. Komm her. Okay, weiter geht's. Wir entfernen uns doch von dem. Na, da ist es erstmal wieder down. Irgendwie hat unser Serveranbieter heute Probleme. Der muss doch irgendwo hier sein. Wir laufen mal hier hinter. Uh-huh. Uh-huh. Komm, ich schenke dir ein drittes Nasenloch. Zu widerstehen. Ach, du Scheiße. Ich würde sagen, wir laufen so weit über die Dächer wie nur möglich. Mal gucken, wie weit wir über die Dächer abhauen können. Hier kommen wir aber leider nirgends so runter. Das ist jetzt aber richtig scheiße. Okay, dann müssen wir uns da halt durchboxen. Da wird uns wohl keiner... Keine andere Möglichkeit bleiben, als uns hier durchzuboxen. Komm, Baby, laufen. Ja, es ist nur ein Läppetü. Komm, 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 fahr. Vorne kommt einer, wir müssen abbiegen, 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 abbiegen. Dann fährt der Pisser lang. Scheiße. Alles klar. Hier lang. Pushen, 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 komm, 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 verschneller, Baby, komm. Nein, jetzt kommt auch noch einer von vorne. Du triffst mich nicht! Oh! Oh! Nein! Weiter! Kleines... Ich häng' fest! Fuck! 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 Putra abajo! Ja, das geht doch TOTE! Komm, Baby, komm Schneller Boah, komm, 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 komm Jawohl Ja Oh Haben wir die Kohle gekriegt Ich hab nicht gesehen wie viel Aber ich hoffe wir haben einigermaßen Oh jetzt Francis, alles klar Alles klar Aufgabe haben wir erledigt Nicht sehr Prickelnd Aber Die Sache so langsam Also langsam wird sie Unangenehm die Leute zu erledigen Wenn sie so lange reden Also nächstes Mal drücke ich lieber gleich ab So, ich sage vielen Dank fürs Einschalten bei GTA Wir hören uns morgen wieder Dann geht es hier an derselben Stelle weiter Bis denn, euer Gabut Ciao, Ilaui